Ganz genau, ich habe mir den Apple HomePod bestellt. Weiter nach dem Intro. Ja, ich habe mir den Apple HomePod bestellt für 359 Euro. Wird mir zugeschickt, also kostenlosen Versand. In England selber 320 Pfund und in Amerika 349 US-Dollar plus Steuer. Und das ist vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich. Im Bundesstaat New York ca. 32 Dollar und LE zum Beispiel 34 US-Dollar obendrauf. Also wird das wohl in Deutschland ca. 389 bis 399 Euro kosten. Ja, hier sieht man einige, die sich den HomePod geholt haben und anbieten zwischen 480 und 549 Euro plus Versand teilweise. Also man kann ja sicherlich ein bisschen dran verdienen oder die wollen ihre Flugreise damit bezahlt haben. Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall und es wird dann ein schönes Unboxing-Video geben. Bis dann, euer Raver Dave. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein Daumen hoch und abonniert auch meinen Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Wir sehen uns im Unboxing-Video vom Apple HomePod wieder. Bis dann, euer Raver Dave und Moin Moin.